Autsch! Autsch! Das hat's auch gemacht! Autsch! 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 Du hast bestimmt ein Kratzer drauf jetzt! Ab nach Hause! Cool! So! Oh, den Laden kann man kaufen! Ich hab den schon gekauft! Nicht! Jetzt schon! Obwohl, nein! Was ich gern hätte, wäre ein Timer, dass ich, der mir anzeigt, wann ich sechsmal wieder Geld abholen kann! Ja, das wäre echt cool! Weil, ich schaue dann alle paar Minuten drauf, ne? Aber, pfff! Man weiß ja nicht, wann in einer Stunde hier bei Sensor vorbei ist, ne? Ja! Ich weiß ja nicht, wie lange eine Stunde braucht ihr? Mit deinem Lack-und-Leder-Outfit! In rot! Ja! Komplett in rot! Okay! Wir machen Carsurfing! Japp! Ah! Nicht so viel! Die Kamera ist grad irgendwie blockiert! Deswegen sehe ich nicht wirklich, wo ich hinfahre! Echt? Warum? Ich weiß nicht! Jetzt geht's wieder! Warum ist die Kamera blockiert? Ich weiß es nicht! Oh, Mann! Jetzt über den Erdhubel fahren! Ah! Ah! Oh! Autsch! das auto motorhaube geht auf da konnte ich nichts machen dass die kurve fahren ja wir müssen in der werkstatt wahrscheinlich wir haben da unten noch eine band operation machen wir die band operation noch ja auch schon fast mitternacht deswegen jetzt ja wir haben 23 45 deswegen würde ich dann sagen machen wir das jetzt noch und dann musste morgen früh raus aber ich will heute abend auch ein paar andere sachen machen was ja ich weiß ich was einkaufen zum beispiel heute abend um mitternacht nein weil du heute was machen wollte ich dachte ich meins heute mit heute nach dem aufstehen was zischt da regnet es ja das auge regen wo ist happening gegner machen unser auto kaputt na ja schweine ups spring rein wir gehen fahren zu einer werkstatt ok moment bring drauf das ist grad wirklich nicht die richtige zeit ja was warum bist du dort bin ich jetzt bin ich echt böse mit dir grad warum bist du das auto jetzt explodiert ist weil du gedacht hast haben wir das nicht gesagt das auto doch das ist immer gesagt wenn es in der werkstatt war das macht es nicht besser das macht es nicht besser junge dame ich wollte doch nur wasser jetzt sind die gangster von zwei gangs hinter dir her dann komm rein und ich war doch schon drin so munition kaufen ich brauchen besseren taser eigentlich für so eine halbe stunde stand oder so ich muss was machen äh spielpause spielpause genau dann kann er nichts machen warum gibt es keinen schaden bei tasern gibt es nicht taser ist halt taser wahrscheinlich weil es halt zu op wäre also dass du weniger schaden vom taser kriegst ja das mensch also schadenfahrzeuge gut munition du hast nicht genug geld level 27 erforderlich schnelles nachladen treibend hat zeuge hat ein feuer es gibt keine mehr mach mal sag mal jetzt noch ja ich sag doch ist dann gar nicht op es gibt keine hintertür nicht nicht sein throats 2 er gibt mir dein geld gibt mir dein geld habe ich gesagt ups ich wollte dich hauen wow er hat dir sein geld nicht gegeben also kannst du es aus der kasse nehmen du bist du f Der Polizist zielt auf mich mit einer Stungun. Er weiß nicht, dass das meine Waffe ist. So viele Eier, Dritte und Schläge, wie ich aufteilen kann. Granate. Kann ich den Hubschrauber stun gannen? Ich glaube nicht. Ich habe so eine hohe Reichweite, da bin ich. Na, Reichweite ist kein Problem. Kannst aber versuchen. Also ich kann Leute stun gannen, die sehr weit weg sind. Ja, das Zielen ist eher die Schwierigkeit in dem Fall. Vor allem, wenn du gleichzeitig noch beschossen wirst. Wenn ich einen Hubschrauber fliege, das sieht aus, als würdest du den Hubschrauber fliegen, ey. Hallo? Was soll das denn heißen? Das sieht aus, als würde er besoffen fliegen. Ich fliege gar nicht besoffen. Du fliegst aber so. Oh ja, Wasserwerfer, 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 Wasserwerfer. Brauchst du Klopapier? Ne, ich habe ein portables Bidet. Das ist cool. Flieg Klopapier. Ähm, Polizist. Einmal klaue ich von dir Geld. Dann haue ich dich kaputt. Machen wir auch ein paar nice Wrestling Moves. Ich nehme dieses Auto. Vielleicht ist es leicht. So. Und, perfekt. Oh, shit. Ich habe mich aus dem Auto rausgetrapportiert. Oh nein. Ob das Auto noch gut ist? Ob das Auto noch gut ist? Oh ja. Oh, das ist echt noch. Hat nur noch ein bisschen Damage. Erlitten, aber... Ich kann damit fahren. Geisterpolizei. Unmögliche. Ah, Mann. Geil, die Bullen, ey. Boah, unmöglich. Echt, ey. Voll gefährlich. Du musst den Gesetzen folgen. Du musst den Gesetzen folgen. Und dann fahren sie in der Gegend umeinander. Unmöglich. Ah, die gefährden die anderen. Ja. Wenn er muss sie gehauen. Oh. Ups, ich glaube, ich habe gerade eine Notruppe gefahren. Aber ich glaube, das war keine von uns. Ich glaube, bei uns wohnt die einfach bei uns. Ja gut, aber das ist eigentlich ein schlechtes Geschäft, wenn das einzige Geld, was die ins Haus bringen, von uns kommt. Ich will nicht in diese Werkstatt, Mann. Hm. Hm. War nicht rein, ne? Ich habe ein schöneres Auto als wie du. Ja, mein Auto ist auch demoliert. Oh, lass mich hier rein. Nicht verfügbar. Unbekannt. Was mache ich jetzt? Ne, dazu. Aber es ist wieder ein guter Schuss. Nice. Ich will nicht mehr Bargeld. Ich will das Haus kaufen. Ey, Alter. Aua. Aua. Der ist echt nicht nett. Nicht noch mit der Tatsch oder. Ey, Polizei. Was ist denn das? Der Laden kratzt durch die Ecken weiter. Lass mich hier rein. Ich bin echt tot. Ich bin echt tot. Also ich bin in einem Laden. Ich glaube nicht, weil die Polizei davor steht. Mein Problem ist, wenn die Polizei hier reinkommt, dann bringt mir der Laden auch nicht mehr viel. Nein, die sind die von mir her. Jetzt höre ich sie. Sie kommen. Sie kommen mich zu holen. Aber sie werden mich nicht finden. Niemand wird mich finden. Nein, die glauben, ich bin mit denen eingesperrt. Ich verstecke mich hinter der halbnackten Dame vom Laden hinter der Theke. Aha. Ich weiß, was sie getötet hat. Ja, ist gerade eine schlechte Idee, weil die Polizei sucht mich eh schon. Aber die Polizei sucht uns. Doch. Nein, doch. Oh. Wow. Also mancher frage ich mich echt, wo dein Kopf gerade unterwegs ist. Ich habe gedacht, dass da kein Zeichen mehr ist. Aber dann habe ich nochmal hingeguckt. Jetzt ist es zum Beispiel weg. Ja, jetzt ist es weg. Jetzt kann ich endlich rausgehen und den anderen Laden kaufen. Cyberless. Jetzt stehe ich vor... Oh, eine Limo. Mein Auto. Oh, mein Auto. Hm. Wie kommt das denn hier her? Das ist jetzt mein Auto. Oh yeah. Ich habe so ein Kelschinen, so ein Motorrad... Äh, Auto-Motorrad... Äh, Auto-Motorrad. Wow. Äh, Polizei-Motorrad gefunden. Aber ohne Polizei. Das heißt, ich darf es verändern. Das heißt, ich fahre zur Werkstatt. Und die Polizei hat es aber echt fertig gemacht, ey. Ich glaube es ja, ey. Unmöglich, wie die mit dem Eigentum anderer umgehen. Ja! Die fühlen sich halt privilegiert. Den muss man zeigen, wo der Hammer hängt. So, Motorrad-Tuning! Nice, Dong! Dufe! Ich habe echt nicht so viel Geld. Oh, ich habe kein Geld mehr für mehr Leistung. Ich habe kein Geld mehr für irgendwas. Wow, damit kosten die Tuning-Sachen gar nicht so viel. Aber ich habe 134 Dollar. Oh. Oh. Das ist nicht viel. Ich muss schaffen gehen. Anschaffen gehen. Okay. Oh, ich habe wieder Bargeld. Scheiße, ich kann das doch tunen. Das heißt, du musst ja auch wieder Bargeld haben, hm? Ja. Jetzt kann ich die Lüge. Ich habe jetzt ein Motorrad fast komplett hochgetunt. Genau, auch. Okay. Klappt. Da ist Nitro. Wenn du dir erstmal überlegst, dass die Motorräder sowieso schon übertrieben schnell sind eigentlich in dem Spiel. Und Nitro! Natürlich! Die Kappen! Ja! Alles! 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 Ah! Ich weiß. Ist das denn? Mit Unterbodenlicht? warum nicht das reimt sich felgenfarbe, metall, gold ne ich hab kein bargeld achso weil du ja zwischendrin manchmal rausgeflogen bist wahrscheinlich sind wir deswegen nicht mehr im takt das kann sein corona sorry alter scholli hier ist deutschland corona echt ein bisschen im griff behalten ich bei euch ab montag auch masken tricht oder hast du eine? ist es jetzt deutschlandweit? ich weiß es nicht, ich dachte das können die länder selbst entscheiden ja aber bei uns ist es jetzt, bei euch auch ich weiß von mindestens einem anderen bundesland noch hm wo es jetzt dann ab montag also ich hab durch das geschäft tatsächlich bekommen mein chef ist heute morgen gekommen mit dem und wir haben jeder zwei wiederverwertbare und 20 Einweg Atemschutzmasken bekommen also ihr habt welche vom chef bekommen genau, richtig und von daher sind wir eigentlich gut ausgestattet also ich glaube was du vom krankenhaus bekommen ja und ich hab ähm ich hab ding gekauft ich hab mir online noch eine gekauft mit einem peschdoktor drauf vorne weil you know wenn du die möglichkeit hast ne Atemschutzmaske also ne mund nasenschutz mit peschdoktor drauf zu kaufen dann kauf schon auch so so jetzt schauen wir mal wie das motorrad abgeht auf nitro oh je oh je geht das ab auf nitro huiih 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 kennst du das nicht das video? doch gut hab schon gedacht ey das wäre jetzt echt awkward gewesen wenn das dass wir dass wir das ist ist das 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 ist fern es wir haben wirklich ich die so jetzt wirklich verschiedene scheiben wenn man so dunkel gesehen so grau jetzt nicht irgendwie in blau und gesehen also bei mir auf dem stream siehst du gerade noch alle möglichen farben nein ich meine ich die frage ich meine jetzt in echt ich mache jetzt nicht im spiel ja in echt gibt es das auch also ich habe das auch schon oft genug gesehen durchaus also ein auto im bar und von der seite aus anderen autos kaputt machen und noch mal laden gekauft so jetzt habe ich nur noch 112 dollar wie kann ich das auto jetzt speichern es ist schon gespeichert sobald du es getunt hast ist gespeichert ich komme zu dir rüber drüber fahren aber wir fahren instanz domizil ok treffen uns am domizil wo also zum hauptdomizil siehst du wo ich markiert habe ich das nicht mit dir ach jetzt hat es auch der schnelle dort ist auch wenn ich nicht weiß wie weit du weg bist und das könnten ziemlich fliegendweres rennen sein so ich habe vor allen dingen voll viele ich habe die gemacht ja ich auch nervig ja ah und mir ist gerade jemand vollfrontal vor das motorrad gefahren boah hm hier auch scheinbar mhm ich habe kein motorrad aber ist eigentlich nicht noch mal schiff aber vorsicht das kann ich nicht abschalten das machst du an und dann ist an so lang bis es leer ist deswegen deswegen bin ich aus dem auto geflogen passiert ich schaue mal oben im loft auf unsere neuen bitches schon da sind bist du schon da ja ja da ist gar niemand das sind nur so einzelne ist schon mit der hier hat mehr tippen als sonst was nein oh ich bin auch da kannst du auch unten in der garage parken garage der garage links vom eingang jetzt runter da wo man mit dem panzer runter gefahren ist ach da 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 ist es eine tiefgarage aber ich kann keine tiefgarage runter fahren wir sind mit dem panzer in die tiefgarage gefahren ja ich kann es nicht mal mit einem normalen auto gut dazu sage ich jetzt mal nichts gut das auto ist jetzt da drin wo ist denn unser unsere ladies ich habe schon geschaut ist gar nicht so viel unterwegs vielleicht sind sie alle in der botanik ja anschaffen halt ne haben doch hier so ein raum mit voll schön ganz achso jetzt muss ich noch nicht hier ist keiner auf man jetzt hör auf ich schaff es nicht mehr aufzustehen das war der sinn an dem ganzen das war der sinn an dem ganzen das war der sinn an dem ganzen du hast jetzt deine lektion gelernt langsam ich glaube das haben wir heute echt schon oft genug oder ich hau dich kurz und so direkt am übertreiben man ich war gerade am arbeiten ich wollte gerade unserer band die gescheite fahrzeuge geben dass wenn die auf der straße rum fahren dass wir dann ihre autos nehmen können ja 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 ich weiß auch irgendwie nichts los ja sache ich doch die bücher keine ladies hier drin bis auf unsere leute die hier rumkammeln Ich wollte diese Bänke sehen aber echt abgeranzt aus hier, das Fitnessstudio sieht echt ranzig aus Ja ist es auch, aber können wir leider nicht verbessern Ich hab ne Lady mitgenommen, aber keine mundane Ladies Ich foto da einfach ein Sandwich, ich hab auch eins What the fuck? Body painting? Tattoos? Nice huh? Warum bist du nackt? Bin ich nackt? So? Ne Halbnackt? Ja halbnackt ist schon eher Ich mein ich könnte auch so machen Krass Das ist echt Body painting, das ist kein Tattoo Ja ist das Tattoo Das ist das von Saints Row 2, ne? Ja richtig, genau Das ist auf dem Rücken und das von vorne, das sind die zwei Graffitis von Saints Row 2 Die geben auch so viel Respekt Aber am Arm ist Quatsch Was? Kenn ich nicht, das am Bein und am Arm ist einfach nur Kunst Ja das ist einfach nur random Zeug Aber das mit den Seerosen gab es glaube ich auch schon im Zweier Aber jetzt zieh ich mir mal wieder ein paar Klamotten an Wir zahlen eigentlich unsere Saints, oder? Für mein Geld Dass sie so mitnehmen Mhm Aber die haben nicht so viel So, besser 500 Hast du Klausch den Money? Ja ist doch mein Geld Okay Ich hab sie bezahlt Das reicht Das reicht Ja das ist trotzdem Diebstahl Gegebenes Geschenkt ist geschenkt Wiederholt ist gestohlen Ja alle unterschiedlich Also diese Lady hat nur 200 Kann ja auch nicht Mach mal schon die Sichtstattoo Mhm Mhm Und auch am Eis glaube ich hat die Sonne Ja das sieht man halt schlecht Das ist meine Partnerin Ich glaube da passiert nichts Das ist meine Partnerin Ja Au Wer greicht denn da? Hm? Ach da sind die Mädels da unten Die sind schockiert von dir Warum? Keine Ahnung Die Schockieren hat ihn dagegen umeinander Versteht nicht Den Typen habe ich schon Ausgenommen Kommt schon Mach dich hier nicht so ein Rad auf Kommt schon Mach dich hier nicht so ein Rad auf Pfff Weil die am Schrein sind ey Aber ich glaube das sind die die wir mitgenommen haben oder? Aber sie sind alle gleich aus Gleich aus Was? Why? Eigene Medizin und so Du hast die Mädels umgehauen die sind jetzt kaputt Ups War ich nett? Jaaaa Sagt die die alle ausnimmt hier ey Aber ich habe sie nicht umgebracht Echt? Kaputt für immer Warum hält der Radio? Ja Okay Ich mach ein bisschen Ich geh baden Ich geh baden Bademann jetzt Komm schon Ich geh rein Jetzt bin ich im Bad Kann sich nicht hin Hups ich glaube ich stecke gerade in der Fassade Haus? Ja ich stehe jetzt gerade im Haus also Kann sein dass ich hier jetzt erstmal nicht mehr rauskomme Das ist nicht schlimm wir wollten ja eh Schluss machen Ja Ich hoffe nur dass der letzte Autospeicherung irgendwo sinnvoll war Das ist egal Ich mach mal das Spiel speichern auf jeden Fall Neuer Spielstand Speichern Wir sind jetzt schon fast durchs Spiel 43% Aber wir hatten schon heute 42% Wir haben heute 1% gemacht You know? Dein Mikrofon war gerade stark abgehackt Echt? Oh Ja Ich sagte wir hatten schon 42% Ja gut weil du ja zwischengeladen hast Mein letzter Stand war 39% Ne bei mir war es glaube ich von Anfang an Ist egal 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 Na ja also Ja dann würde ich sagen Ist gut für heute Ja lass mich doch mal aufspeichern Nö Ich lass dich doch nicht ausspeichern Da Thank you I'm so thankful Ich hätte jetzt einfach Tab drücken können und dich einfach rausschmeißen Knall Ne ich hab echt gedacht 39% Aber vielleicht Automatisches Speichern Sis? Glaube ich dann 43% Dum 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 So Aber ich glaube ich hätte so oder so speichern können Ja Ne das passt ja auch Gut was wollen wir heute essen? Hehehe Hehehe Also Ich hab mir vorher noch eine Pizza dazu gestellt Ja Kann ich jetzt einfach mal geschwind vernumsen Dann Guten Appetit Aber ich werde erstmal Stream beenden Und mich verabschieden und Für allen bedanken Die heute zugeschaut haben Ich hoffe wir sehen uns beim Nichts Tschüss Ranzo Gelling Tschüss Ranzo Gelling Gelling Tschüss Ranzo Gelling Ich bin besoffen obwohl ich nichts getrunken habe Wow Dafür fühle ich mich nicht wirklich an Obwohl ich ähm Ja ungefähr einen Liter Gin mit Sprite getrunken habe Kann den Stream nicht beenden Weil Irgendwie Komm schon Klaas Kleister Geh weg da Ich kann nicht einfach aus dem Spiel rausschmeißen Ashto Aus dem Stream Ich habe noch mal Ok bevor